Bereit? Vergnügen, Freiheit, Spaß haben. Das ist das Hauptziel von Alumni. Mal sehen, was sie bereit wären zu tun, um bald einer von uns zu werden. Was ist? Sind die berühmt oder was? Ganz genau. Es ist einfach kein Ort für mich. Er passt perfekt zu dir. Ich will mich eigentlich nur an ihm rächen. Wenn ich an Joel denke, will ich dem, der ihm das angetan hat, dasselbe antun. Jemand muss doch was gesehen haben. Diese Alumni. Hector war von Joel besessen. Wir? Wie kommst du darauf? Du hältst erstmal die Klappe. Die Leute brauchen einen Schuldigen. Jemand, bei dem sie nicht zweifeln, dass er schuldig ist. Ich höre nicht auf, dass ihr im Gefängnis seid. Das sind wir alle ihm schuldig. Und wie sieht dein Plan jetzt aus? Oh! Was bei Alumni passiert, bleibt bei Alumni. Ich möchte einen Toast ausbringen. Darauf, dass wir endlich ein für alle Mal dieser Schule verlassen. Und wie sehen Sie im Café? Ich möchte einen Schild. Ich möchte ein Kommiss. Ich möchte heute noch mal die Klappe. Das ist ein Schild. Und wie sieht ein Schild. Das ist ein Schild. Ja, ich möchte einen Schild. Ich möchte einen Schild. Das ist ein Schild.